Hier kann Susann Kallin, die Späte vom Slip Tricks, können wir bei der Zeit von Netflix einmal richtige Punkte aufholen. Es ist hier auch für die Top Fuel Tricks die vorletzte Runde in der Europameisterschaft. Und wer sich hier entscheidend absetzen kann, der hat natürlich das Finale. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020